Chromagus ist einer einer besten Schöpfungen. Schaut ihn nur an. Ich bin mal gespannt, was der so kann. Nehme ich auch wieder das Free-Stack? Das passt eigentlich ganz gut gerade. Hoffentlich nicht wieder einer, der mir 80 Karten an die Hand spielt. Chromagus. Ihr habt es so gewollt. So, was kann dann die Heldenfähigkeit? Fügt der Hand eures Gegners am Ende eures Zuges eine Brutgebrechen-Karte hinzu. Aha, was kann die? Ich habe ihm zwei Köpfe gegeben, damit er auch doppelt so gut zubeißen kann. Wenn ich einen Zauber würde, kriegt die immer plus zwei plus zwei. Stell zu Beginn des Zuges beim feindlichen Helden zwei Leben wieder her, solange ihr diese Karte auf der Hand habt. Oh, was ist denn das für eine Scheiße? Okay, ist mir eigentlich erstmal Wayne. Ach du heiliger Macaroni. Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt kann ich eine legen. Den kriegt der ja nicht tot, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Ich habe mir nochmal so eine Scheiß-Karte auf die Hand, ey. Im Ernst, Mann, Alter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ach, ich hätte den auch erstmal töten können, aber ist auch egal. Was macht der hier? Ach, die Zauber von ihm kosten eins weniger. Krass, Alter. Holy shit, Mann. Ach du scheiße. Ich will buffen den mal weiter. Okay. Das war's. Oh. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Oh. Ja. Ich weiß nicht, Frau. Meine Arbeit ist von höchster Dränglichkeit. Lass mich in Ruhe. Meine Hand ist zu faul. Nein. Hält jede von ihm gezogene Karte doppelt, solange diese Karte auf der Hand hat. Was? Ich krieg jetzt immer... Das war's. Ja, kann ich ja nicht mehr wegschmeißen. Das ist übel, Mann. Ja, okay. Fett, 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 fett. Aber ich glaube trotzdem, dass ich den mit dem Freeze Mage besiegen kann. Okay, die ist schon mal gut, die Karte. Ich brauche aber eine andere... Am besten schon Frost Nova. Auf der Hand. Alex Tracer bringt mir erst mal gar nichts. Ich habe ihm zwei Köpfe gegeben, damit er auch doppelt so gut zubeißen hat. Der Typ ist so crazy shit hier, ey. So. Genau. Zack. Der muss auf jeden Fall weg. Ah, cool. Macht er gleich ganz alleine. In ihm habe ich die Macht aller Drachenschwärme verschmolzen. Er ist perfekt. Los, weg damit. Das ist nicht so viel. Hält ihr gern mit Feuer? Ah, scheiße, der Buff, ja. Nein. Komm. Okay. Fast tot. Ich würde sie zeigen. Ich würde sie mal zeigen. Für die Pechschwingen. Ah, wird noch nicht mal mein Geheimnis ausgelöst, das ist praktisch. So, was ist jetzt hier? Wiener kostet einen weniger, solange ihr diese Karte auf der Hand habt. Na, kriegt er den nicht weg, das ist richtig nice. So, was ist das? 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 Das ist natürlich auch praktisch eigentlich. Ah, dann zieht er Karten. Ja, da müsstest du nicht mehr weit kommen, Junge. Wie fahren wir denn schon hier? 12 Schaden, 12, 16, 18, 19, 20, 5, na gut, reicht noch nicht. Hm. Okay, nice. Damit wäre das Vieh auch platt. Hungriger Drache. Ja, natürlich. Ja, war ich. Und es war definitiv nicht ein schwächster Diener. Und dann, das war das, was Diener. Du bist aus dem Grund, das war Diener. Und dann, das war der Diener. Das war, der Diener. Das war, der Diener war der Diener. Pannend dich? Vielen Dank.